Neulich habe ich folgenden Satz auf einem Meetup gehört. Ich will ja nichts machen, das nach vier Sprints weggeworfen wird. Und so komisch es sich anhört, der Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Moin moin, ich bin Sebastian und ich kann es gut verstehen, dass es sich nicht so toll anfühlt, wenn man etwas im Sprint entwickelt, man sich freut, dass man es noch rechtzeitig vor dem Sprintende fertig bekommen hat und dann wird es ein paar Sprints später weggeworfen. Auf der anderen Seite gehört es aber auch zum iterativen Arbeiten dazu. Wir entwickeln, wir lernen und wir entscheiden, basierend auf dem Gelernten, was wir als nächstes machen. Und wenn das Machen heißt, das, was wir davor gemacht haben, funktioniert nicht, so wie wir es uns gedacht haben, müssen wir auf Basis dem Gelernten sagen, dann muss es angepasst oder verworfen werden. Und vor allem dieses Verwerfen wird viel zu wenig gemacht. Was meine ich damit? Du glaubst gar nicht, wie oft ich irgendwo mitbekomme oder es auch selbst als Nutzer erlebe, dass etwas Neues entwickelt und eingebaut wird, niemand benutzt es oder sogar noch schlimmer, die Nutzer wehren sich dagegen und nichts passiert. Es bleibt einfach so und irgendwann ist es in der unbekannten Suppe an unbenutzten Sachen im Produkt untergegangen. Oder die Leute gewöhnen sich an den Schmerz. Aber ist das eine gute Lösung? Ist das wirklich agiles Arbeiten? Eine Ursache liegt oft alleine schon darin, dass in vielen Teams und Projekten gar nicht gemessen wird, was eine Änderung oder neue Funktionalität gebracht hat. Wenn man sich die oft zitierten Invest-Kriterien anschaut, gibt es hier den Punkt Valuable, nützlich. Aber was heißt nützlich? Heißt das einfach nur, ich glaube zu wissen, dass es etwas verbessert oder bringt für den Nutzer. Glaube zu wissen. Das ist schon der erste Fehler. Man könnte nun sagen, dann muss man halt seine Nutzer befragen, eine Marktanalyse machen. Aber nicht immer lässt es sich so einfach identifizieren und vor allem messen. Das heißt, wir müssen Annahmen treffen. Und auf Basis dieser entwickeln wir etwas. Und dann kommt das Wichtige. Danach prüfen wir, ob unsere Annahme richtig oder falsch war. Wir alle sind mit dem Satz aufgewachsen, wer A sagt, muss auch B sagen. In diesem Kontext hier passt aber noch besser der Satz, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und im Optimalfall ist es auch messbar. Und das kann zum Beispiel auch auf die einfachste Weise passieren. Wenn ich eine neue Funktionalität in meinem Produkt einbaue, kann ich schon anfangen zu messen, benutzen es die Leute überhaupt und wenn ja, wie regelmäßig? Nur einmal und danach nicht mehr? Dann ist es vielleicht so, dass sie es sich anschauen, weil oh, was Neues. Und dann aber sagen, das ist ja doof, das brauche ich ja gar nicht. Oder das funktioniert ja, aber ist irgendwie doof. So ist es für mich viel umständlicher. Es gibt viele Wege. Aber selbst so einfach kann man schon an etwas herangehen. Und kommen wir zurück zu meinem initialen Satz. Ich will ja nichts machen, das nach vier Sprints weggeworfen wird. Doch, weil es gibt drei gute Gründe, es gut zu finden, wenn wir auch Sachen wegwerfen oder anpassen. Zum einen hat eine solche Einstellung einen lähmenden Einfluss auf uns. Wenn ich anfange, jedes Mal darüber nachzudenken, macht es Sinn, jetzt so viel Arbeit reinzustecken, wenn es doch weggeworfen wird? Ist meine Arbeit so wichtig? Sie ist ja teilweise für die Tonne. All das sind Gedanken, die uns leben und unsere Motivation und Kreativität reduzieren. Und es gibt natürlich noch die zwei anderen guten Gründe, warum es toll ist. Wir lernen daraus. Wir bekommen Feedback, warum es nicht geklappt hat. Vorausgesetzt natürlich, wir messen und analysieren den Effekt. Und mit diesem Feedback können wir besser werden. Diese Erfahrungen haben einen positiven Einfluss auf zukünftige Sachen, die wir entwickeln. Denn nur aus solchen Erfahrungen können wir besser werden und uns weiterentwickeln. Und der letzte gute Grund? Es ist doch gut für das Produkt. Wir dürfen nicht nur als Einzelperson, als einzelner Mehrwertgenerator im Team denken. Wir arbeiten doch in Teams an einem Produkt. Und unser Ziel sollte nicht nur sein, unsere Arbeit runterzuschrubben, sondern wir sollten uns auch in gewisser Weise mit dem Produkt identifizieren. Klar, je nach Produkt ist es leichter oder schwerer, sich zu identifizieren. Trotzdem fühlt es sich doch viel besser an, ein Produkt zu haben, das erfolgreich ist, als eins, das immer nur ums Überleben kämpfen muss. Und so blöd es sich jetzt anhört, der Nutzer freut sich riesig, wenn die Funktionalität, die vorher so nah war, nun richtig gut ist und Spaß macht. Und wenn dieses Nutzer-Feedback dann wieder zurück zum Team kommt, erzeugt es ein tolles Gefühl von, ich habe Menschen geholfen, ich habe ihnen etwas Positives gebracht. Ich habe vor einiger Zeit über ein ähnliches Problem in dieser Richtung mit einem Bekannten gesprochen. Hier haben wir überlegt, wie man das Problem beheben könnte. Schau dir unbedingt gleich mein Video dazu an. Und hat mein Video dir gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Kultur und Prozesse erfährst und nichts verpasst. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.